Hallöschi, hallöschi zusammen. So, wir machen die GDI-Kampagne weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt dreimal verkackt. Die nächste Mission. Übel, übel, übel. Geschuldenes Eigentum, Weißrussland. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag. Die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberiumvorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium-bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Delta Sierra Echo an Kommandanten, nähere mich dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste zehn Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen. Wir müssen sie wieder haben. Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten. Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig. Also marschieren was Camp der Noddies und sammeln die Pellets ein, bevor die Nod-Bögel sie ausfliegen können. Die Behälter waren in Transportkisten verpackt. Ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte, sie umzuladen, aber halt auf jeden Fall die Augen offen. Lass sie tanzen. Bockschwer, Bockschwer die Mission, das kann ich euch mal sagen. Was, wo wird denn? Das hat der jetzt in allen Wohnungen, die immer jemanden. Schon dabei. Da wisst der auch gleich wieder hin. Ey, total verrückt. Geht klar, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Kurze verrückte Mission. Wahnsinn. Aus, Rinder mit euch. Vorbei, das kann ich dann direkt schon wieder klicken. Äh, neu starten. Jawohl, Sir. Geht klar, Sir. Na? So, warte, das ist schon mal ernst. Na, sowas. Jetzt, glaube ich, mein fünfter Versuch, sechster Versuch. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Bestätigt. Es sind so viele Feinde. Ich habe mal sowas von einfach mal nix. Ich mache jetzt nur mal ne Erkundungstour hier. Ja, wir machen einfach mal ne Erkundungstour. Da hab ich wenig sonst zu machen. Was gibt denn da noch ein bisschen weiter? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Da braucht nix. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf. Wie kann ich dran gehen? Einheit. Das ist auch schon wieder da. Jawohl, Sir. Kommt wohl wohl da nicht raus. Ach, da sind ja die drin. Jawohl, Sir. Breche auf. Bestätigt. Ja, ist okay. Breche auf. Breche auf. Schon dabei. Breche auf. Geht klar, Sir. So, ich pfeil's mal hier rüber. Breche auf. Ich muss mal kurz zum Testen. Support, Sir. Schon dabei. Breche auf. Super lange nicht sowieso. Geht klar, Sir. Geht klar, Sir. Breche auf. Geht klar, Sir. Breche auf. Breche auf. Einheit. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Bestätigt. Breche auf. Ja, grüß. Jawohl, Sir. Reche auf. Reche auf. Reche auf. Bestätigt. Reche auf. In Ordnung. Aha, fahr den da oben. Jawohl, Sir. In Ordnung. Reche auf. In Ordnung. Reche auf. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Rett er jetzt ja einfach durch. Oh, der hat ja nie überfahren. Nein. In Ordnung. In Ordnung. Reche auf. Jawohl, Sir. Bestätigt. Nein. Los, runter. Jawohl, Sir. Oh. Einheit verloren. Sofort, Sir. Einheit verloren. In Ordnung. Jawohl, Sir. In Ordnung. Schon dabei. Was soll denn hin, ja? Bestärkungen sind eingetroffen. Geht klar, Sir. Einsatzziel erreicht. Wow. Geschafft. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Burnett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Hier kommt sie an hier. Effizienz 100% BAM! Hahaha! Sehr schön! Ich hab mir da so ein Kopien gemacht. Man muss echt einfach nur durchraschen. Ja, unter diesen einen Punkt. Da wo die Kiste sein soll. Da war jetzt keine Kiste, aber das müssen wir nur erreichen und dann ist es erledigt. Die Original-Mission von damals, die ist nämlich ein bisschen anders gewesen. Da habe ich mir auch noch mal ein Video angeguckt. Die ist vollkommen anders. Das war ja ein Spaß. Das war ja ein Spaß. Hat mich echt etliche Versuche gekostet, aber ich schafft. Also Leute, wenn ihr da auch Probleme habt, einfach durchraschen. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, das ist dann wahrscheinlich die kürzeste Folge ever. Aber, das passt. Ja, wie gesagt, ich will ja auch nur jede Folge eine Mission. Gerade wenn eben Spieler danach suchen, so wie ich jetzt. Ich musste jetzt auch erstmal Google befragen. Und gut, das waren die alten Missionen, die sind leider ganz anders gewesen. Hat mir jetzt nicht geholfen. Aber vielleicht hilft es jemandem. Das wäre doch schon mal was. Aber einfach durchraschen. Durchraschen. Zack. Und schick ist das. Alles klar, Leute. Dann lasst mal einen Kommentar da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Moin, moin zusammen. Nächste GDI-Kampagnen-Mission wartet auf uns. Wieder mal heißt es gestohlenes Eigentum, nur diesmal in Polen. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin so gespannt. Also, Weißrussland, da habe ich ja echt, ja, ganz schön geschwitzt. Wir starten einfach mal. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag. Die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberiumvorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium-bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minion an Aufwand einfach einzusammeln. Deltasierer Echo an Kommandanten. Nähere mich dem nächsten Ziel. Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier. Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet. Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste. Zehn Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen. Wir müssen sie wieder haben. Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten. Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig. Also marschieren was kämpft der Noddies und sammle die Pellets ein, bevor die Nod-Bögel sie ausfliegen können. Die Behälter waren in Transportkisten verpackt. Ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte, sie umzuladen, aber halt auf jeden Fall die Augen offen. Lass sie tanzen. Okay, das war, ähm, identisch. Jawohl, Sir! Du weißt, Ruflein von Wisslen. Fängt doch genau an. Genau gleich an hier. Oh, nee, das ist nicht so gut. Schon dabei! Jawohl! Wahrscheinlich schon das erste Fahrzeug verloren, ja. Ich traue mich ja nicht. In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Schon dabei! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Oh je, oh je, oh je. Okay, wir machen erstmal nur eine Aufklärung. Mal gucken, wo wir hin müssen. Nee, erinnere mich nicht. Erinnere mich nicht. In Ordnung. Bestätigt. Rätschau. In Ordnung. Rätschau. Rätschau. Jawohl, Sir. Rätschau. Rätschau. Bestätigt. Rätschau. 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 In Ordnung. Rätschau. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Reiche auf! Verstätigt! Das kommt schon. Jawohl, Sir! Verstärkungen sind eingetroffen. Einsatzziel erreicht. Hahaha. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmern. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der Geisteskranken-GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Craig Burdett, Bialystok. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Bäm, 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 bäm. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war dann doch tatsächlich mal easy. Hahaha. Ja, wenn man erstmal weiß, wie es geht, einfach durchrushen. So wie, ähm, ja, in der Mission zuvor. Nicht mal zwei Minuten gebraucht. So. Ach, das muss man jetzt mal wissen. Ich hab mir ja, in der, in Weißrussland hab ich mir ja so, ach, die Finger wurden gekämpft. Sehr schön. Sauber, sauber. Na, jetzt kommen wir hier lang und da lang und überall hin und sehr schön. Ja, Leute, ähm, Träumchen, Träumchen. Das waren ja eigentlich zwei identische Missionen, nur mit einer anderen Karte. Deswegen hab ich die jetzt mal zusammengeführt, weil das ist jetzt ein bisschen zu kurz, war. Gut, und dann schauen wir uns morgen mal die nächste Map an. Die nächste Kampagne. Also, viel Spaß und bis morgen.